Hallo, heute ist da bei uns wie im Kindergarten Feriencamp Röppen mit verschiedensten Altersgruppen Einfach Spaß und Spiel mit Gaudi und Spielsachen Ich lasse euch da jetzt einfach mal zuschauen Röppen 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 Die verschiedenen Geräusche sind dazu da, dass die Kleinen richtig unempfindlich werden auf Laudergeräusche. Wir wohnen ja da in den Hauptschlossen, das ist auf der einen Seite lästig und auf der anderen Seite recht praktisch, weil sich die Welpen da wirklich abhärten. Die Kleine da, die ist erst in der sechsten Woche, für die ist das alles noch ein bisschen grenzwertig und die größeren Welpen da mit zehn, zwölf Wochen und unser Labrador Mimi mit vier Monaten, denen ist das schon ganz egal. Das machen wir mit Absicht, weil das ist ganz wichtig. Die Kleine Hunde wollen ja Topfer und Witze gesehen. Ja, kommt sie. Wo sind meine Babys? Puppigys? Mal schauen, dass sie spielen. Guckst du? Guckst du mir? So. Ja, fein. Sani und der Baloo. So fein. Sani und Baloo. Ja, so feine. So fein. Ja. Ganz aus. Super. Wo sind's? Mimi, komm. Dann. hör. igist. Sani. Sani. Yep. Fah. Sani. Ups, die Glouwane war ja bis sie. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Umso öder die Wäppen, desto wilder spielen sie natürlich miteinander. Aber das ist ganz normales Kinderverhalten. Brummer und einmal einen Hintern zwicken, das gehört dazu. Das darf man nicht überbewerten. Wenn man sich nur überlegt, wie auf Kinderwüten miteinander spielen, dann wird das völlig klar. Was wir hier auch lernen, ist über das Kellergitter gehen. Das ist etwas, was dann automatisch im Spiel erlernt wird. Das ist eine recht schwierige Übung, weil das ja mit den Hundepratzern ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Wenn man das irgendwo einbauen kann und wir legen oft einfach am Boden so Gitter, dann geht das ganz klasse. Und jetzt machen wir noch einen Teil mit den großen Hundepratzern. Die kleine Maus, die halte ich noch ein bisschen in der Hand, weil da geht es noch ganz schön drauf. Sie soll sich ja langsam und behutsam an den Trubel bei der Straße und dem Rudel gewöhnen. Die Grässern vertragen das schon besser. Schaut sie ihnen einfach zu. Die Grässern vertragen das schon besser. Die kleine Maus, die ist schon ganz schön brech. Eigentlich kann es schon nichts mehr bremsen, aber man muss da ein bisschen Rücksicht nehmen aufs Alter, dass sich die anderen nicht zu grob werden. So meine Herrschaften. Für heute, ich glaube jeder Hund war drauf, alles ist ein bisschen gefilmt. Ihr habt es wieder gesehen, wir haben da wirklich Spiel und Spaß in den Ferientagen. Bis demnächst. Baba. Baba.